Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Der Akbär aus Inder. Hier lebt er, schafft es an der Maiwein vier Jahre zu Lützebüch und hat ein gewisser Leben für sein Adoptionsland entwickelt. Louis will hier, sich für Lützebücher zu gehen. Ich komme zu Lützebüch. Ich fühle mich daheim. Ich habe keine Probleme. Ich bin Muslim, ich bin Inder und ich bin homosexuell. Wirklich. Den Akbär holt sich Lützebücher der Wiesge-Agent, wir wollen bleiben, was wir sind. Auch er will seine Identität auch beliefen können. In Indien wird das nicht möglich. Seine Eltern, die auf Besuch kommen, weisst den Akbär seine Lützebüch. Raut Weissgroß. Ohne Kommentar, ohne Filter. Sonntag von HW7 nun. Hajo Bertheil.